Ja, klar. Außer wenn ich etwas anderes mache. Eigentlich wäre ich jetzt gerade am Theater Dortmund bei den Endproben für meine Oper. Oder nächste Woche Proben beim Theaterkarnivore in Heidelberg. Bei mir im Haus sitzen jetzt noch vier weitere Personen im Homeoffice. Moment, ich wollte doch noch was vorlesen. Ich habe hier gerade so viel übrig. Seid ihr sicher? Ja? 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 Ja?